und ja ab wie die die Gäste entdeckt man der wenn wenn hunde Runde konnte machen schießt wird er auch wie die will der dn zur richtig schnell gekillt was glaube ich habe das ist die um Waffe aus CD4 M 249 Leitmaschinen kann kein Möscher 4 ach jetzt hat ein holo drauf er soll so wegen mir kannst du die letzten töten die Schrift mit runter ich trinke noch was schnell hier Zombies laufen einfach runter machen die denn irgendwas hab ich vergessen nachquick Revive kann ich mir aber noch nicht leisten wir haben Punkte haben wir beide Punkte bekommen ja dann hol ich mir mal eben Quick Revive ich mach mal nochmal Musik an mit Musik ist viel cooler ne aber gepuncht ist die auch 3 Schuss die M 16 ah ok kann das sein dass wir hier die ganze Zeit das gleiche Lied hören ja kommt her Zombies Zombies ich hab mich jetzt so langsam an PC gewöhnt glaube ich ja ich kann das mit Controller noch nicht so ich hab das schon mal ausprobiert in Black Ops 2 das geht bei mir gar nicht okay meine meine Mausbewegungen sind Prozent sind voll ruckelnd weil ich das noch nicht so gut kann was ist bei Xbox sieht ja alles so schön sauber aus wenn man sich dreht und so ja das ist auch auf Xbox viel besser oder halt einfach Konsole dass man sich mit drehen ist viel genauer und gleichmäßiger die gleichmäßiger vor allen Dingen und das sieht man hier bei mir dass das auf jeden Fall nicht so ist welchen es ist auch im Kino-Modus so immer wenn man bei Black Ops oder so ist dann gibt es immer so ganz kurze richtig schnelle Ruckler oder sowas da keine Ahnung woher das kommt aber das ist kommt durch auch immer von der Maus einfach das kann sein du schockst jetzt er generell auf PC oder was ja ich bin alles auf PC ach ja du hast auch in diesem Pass geworden ja mein Bruder nicht hat mich immer mal vorne Konsole zu kaufen aber weiß nicht hat mein Bruder immer für Geld für Führerschein gebraucht ist jetzt 17 und so keine Ahnung alleine kaufen wir jetzt auch nicht Führerschein ist ja auch wichtiger und kann ich auch schon gleich mal sparen aber ich hier Atombombe 34 Zombies noch 30 9 8 27 und 25 3 und 20 und wenn ich fast endlos überleben wenn man kein Fehler macht oder so eigentlich schon ja gut man bräuchte noch eine Superwaffe irgendwie ne irgendwann kriegst du ja nicht mehr tot fallen habe ich noch nicht gesehen hast du schon DGD äh wie heißt die Waffe die Wunderwaffe DG oder sowas gell DG2 habe ich noch nicht gesehen und Fallen habe ich auch noch nicht gesehen ne Fallen habe ich nicht gesehen muss man mal schauen wie stark die Sniper denn in höheren Runden ist so meine Scar H wird es nicht mehr schaffen diese Runde du kannst dir Ammo kaufen achja und nicht nur das ich kann Ammo kaufen und meinen MG mal punchen obwohl es noch voll ist ich nehme mal den Zombien und gehe zur Truhe ich probiere mal Affen zu kriegen ok na ich punch das MG noch nicht ist noch zu früh weil es hat noch voll Muni und so ja hinlegen sagst du muss man sich hier jo ey so hältst du genau sogar da an echt ja genau so hältst du genau da an so hier kann man jetzt Ammo kaufen jetzt bin ich mal gespannt jo geil man äh Ammo achso geil hab ich jetzt auch was bekommen weiß ich nicht guck mal keine Ahnung bei mir doch 385 ich glaub schon alter ja dann hast du was bekommen geil so jetzt mach ich mal andere Musik an hier war glaub ich noch ein cooles Lied naja hier ist die Weihnachtsmusik Alter ich glaubst das Pipi die PPSH PPSH hast du 41 ja godlike richtig geil hier ganz ehrlich durch dieses Kostüm Zombies ne kannst du auch nie Langeweile kriegen eigentlich Bank ja gibt so viele Karten ist die schon gepuncht ne ne sonst wird sie ja repulsiert ne 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 ich bin und du gibt es in der Welt so pass auf Zomi kommt K das ist ja so machen noch mal nicht ist ja ich probieren gibt es Geld muss ob es ist nicht ganz dahinten oder ordentlicher kommen dann scheiß drauf ja okay was eh nur zwei drei Punkte also 2.300 und das würde geht übergleich wenn du richtig viel Cola hast hast du noch ein MG ja ich hab meine gepuncht APD na korrekt dann halt ein bisschen mit dem MG dann krieg ich so richtig viele Punkte ich bin kann auch PPSH benutzen oder ja natürlich die ist auch richtig geil man scheiße die ist richtig geil das gesehen hab ja da liegt was bei mir ich kann es aber noch nicht sehen was das ist ah Double Points nice ich hab Insta ja ich auch ich nimm mal deins erst ja oh wie die einfach weggemetzelt werden ja jetzt haben wir eigentlich die ganze Karte erkundigt haben alles freigeschaltet ne ja eigentlich also ich hab nichts anderes gesehen wir können ja nochmal nachschauen irgendwo ne ne das gibt es nicht mehr nur die Waffen würde ich gerne mal ausprobieren oder G36 dann AK ja 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 ich hab das Gefühl dass bei dir mehr Zombies kommen ok weiß ich nicht ich weiß nur dass ich es gleich ah fast tot war ja du hast fast 200 mehr aber egal mal ja ja auch gerne Platz wechseln nö nö du sollst dir die Waffen zeigen ja besser Over, over die HSKH, over. Und wir können immer wieder Muni kaufen. Guck mal, warum kriegt Treyarch sowas nicht hin? So ein Automat machen. Ein Ammo-Automat, der könnte von mir aus 10.000 kosten. Ah ne, 10.000 weiß ich nicht. Ja doch, 10.000, ich würde mir da Muni kaufen. Soll ich mir Musik anmachen? Läuft doch noch. Stimmt. Das kann ja auch fallen. Sogar coole Musik, so Weihnachtsmusik. Ach weißt du, was ich kommen will? Ja, kann es nehmen. Ich kaufe mir gar keinen Controller für PC. Ich komme gerade, merke ich schon gut klar damit. Nein! Was? Ich habe meine Gaha verkauft. Ach klar, wo wir das weggegeben. Ja, ich bin an eine PMP3, PMP63 dran und das. Scheiße. Und mein MG ist auch leer. Ey, waaah, fuck ey. Skammelig hier mit so einer Waffe rum. Wenn ich siehst, du kannst ansammeln, dann komme ich rüber und schieß ihn weg. Wenn ich kriege die Tote, ich wundere mich gerade selbst, dass sie noch sterben. Obwohl 123 natürlich, muss die PMP gehen sie auch da. Ja, die haben auch noch umzufallen. Die HPP, PPSH ist overpower, da ja, ich kann noch richtig hohen Runden und mit der Waffe. Die HPP, PPSH ist overpower, da ja, ich bin unterwegs. Warte, wir müssen gucken, wie man Affen wirft, so, auf 4 wirft man Affen. Boah, gilt man, ich habe schon 4 Schläge oder so bekommen. Ja, jetzt muss ich mir gleich, ist auch gut so, dass ich meine Skaha weggegeben habe, aus Versehen, weil freiwillig hätte ich die EMI abgegeben. Und jetzt kann ich dann gleich mal neue Waffenzeiten. Weltkommagerung, Hunde, ne? Ich will gar nichts abgeben, man, wenn ich die PPSH habe und die APD. Gepanscht geht die Reaper, richtig, weil du hast einfach so viel Schuss. Da liegt wieder was bei mir. Da wird von schon wieder. Da habe ich viele Punkte gemacht, diese Runde, Alter. Oh, fuck, nein, ich bin durch, mit durch, mit durch, mit durch, mit durch. Warte, Affen werfen auf 4. Was heißt Kacke auf 4 Affen werfen, ey. Da kannst du ja umstellen. Ne, kann ich nicht, weil ich weiß nicht wohin. Alles ist schwer für mich. Es hat nichts mit dem 4 zu tun. Wurst, glaube ich, recht einfach. Sieht man dann. Lauf ich gleich mal zu Jack. Na. Folgen mir alle zum Bissjahne. Was? Folgen die mir alle? Ja. Glaube ich schon, ja. Der Kilmachwesen, nicht so viele. In beiden Dings. Ah ja, stimmt. Kommst du zurück? Ja. Oh, dann, na, dann kann ich keine neue Waffe kaufen, egal. Okay, bin wieder zurück. Wie, keine neue Waffe, guck mal, deine, deine Punkte. Ja, nee, wenn ich deine Perks und sowas kaufen kann. Ach so, du wirst ja alle ja neu kaufen, genau. Aber egal, ich brauche ja keine andere eigentlich. Kann ich später auch noch machen. Oh, einfach die Zombies weg. Weizen, leider, ba, uns geht's, das geht so ab hier. Ich sag's ja. Geile Sache, ey. Welche Waffe hast du jetzt nochmal die MG und diese eine andere oder die PM 63, die ist nicht gut. Noch 14 auf, 13 auf, das. Werfen Granate rein. Na, ich hab hier einen Crawler. Ach so. Also, die sind die A-Crawler. Ja. Na, hier gibt's so noch. Wie lange denn jetzt hier noch so? Ja, es kann weg. Die lassen wir mal hier in der Mitte. Na, tut mir egal, ja, ich tötete den da noch. Jetzt meine PP auch fast leer. So, Kiste. Ach so, Musik. Ah, nicht, nicht die hier anmachen, bitte nicht. Äh, machen wir. Haben wir schon so oft gehört jetzt. Wo gibt's die andere Musik? Ja, überall diese Gefäße. Jetzt, äh, vor dem Packet Punchraum ist dieses, ähm, Winterlied. Äh, Weihnachtslied. Das mach ich jetzt auch nicht nochmal an, weil das haben wir auch schon gehört. Ja, ich schau mal, wenn ich hinter zur Speedcaller und sowas gehe. Ja, da bin ich gerade. Ich such grad so ein, so ein Gefäß. Ja, doch, ich kann mir schon noch ein paar Waffen kaufen. Einmal, wenn, dann könnte ich sie punchen. Oder ich punch die andere Waffe. BSA. So, hier kann ich jetzt auf jeden Fall erstmal das Essential Lead anmachen. Das ist hier nämlich, hab ich vorhin schon gehört. Da ist es. Oh, gönn mir mal hier richtig geile CD4-Waffen. Oh, Gott. Na doch, ich punch die PP. BSA. Hä? Die hat schon einen Schnelllader? Oh, G36. Hast du? Oh, mein Gott, ja. Geil. Ich kann gar nicht sehen, wie viel Moni ist. Oh, 400 Schuss. Die PPFH heißt jetzt Meiler 1. 400 Schuss. Wie heißt die? Beiler 1. Eigentlich heißt die Reaper. Naja, sollt erst mal dabei bleiben hier. Die punch ich jetzt direkt hier 36er. Boah. Ackert von Mechel, Schülern. Warte, ich probiere auch nochmal einmal in die Tore zu gehen. Oh, die hat so viel Schuss, Mann. Ich hab mich jetzt hingelegt und bin trotzdem dran vorbeigerutscht. Du musst, glaube ich, gegen die Treppe rutschen, oder? Naja, muss man auch, genau. Aber man kann auch so reinkommen. Ich hab's gerade auch geschafft, dass man irgendwie... Trotz, dass man so schlittert. Aber erstmal sein Geh reinpacken da, ein bisschen punchen. Wie viel Schuss? 800, ich pack's nicht. Wie viel hat die Reaper normal an Schuss? Die Reaper 700, wenn du sie gepuncht hast. Also die PP... Ja. Sie meint halt auch 725 und halt noch das eine Mag voll. Du wirst es mir jetzt nicht glauben, ne? Die... Die heißt stark, die Waffe. Stark 2012. Die G36. Und die hat so viel Schuss wie ein MG. Ach, krass, Mann. Also jetzt im Magazin. Also MG hat hier gerade 900. Ist die G36 punch? Die hat sogar 900. Das MG hat 900. Silver Swar. Äh, Swar. Und, alter, die G36. Alter, ich pack's nicht. Oh mein Gott. Und jetzt muss ich auch auf unbedingt neue Waffen kriegen, Mann. Oh mein Gott, Mann, wie geil die aussieht. Ich stehe auf sowas, ne? G36, CD4, das war meine Zeit, Alter. Da bin ich abgegangen, hab ich die Gegner einfach genommen, Alter. Boah, das ist alles auch schon vorbei, meine Multiplayer-Zeiten. Ja, trotzdem, weil das sieht so geil aus, die Waffe. Ich muss mir gleich nochmal was zu trinken holen, oder so. Jo. Hey, die kommen alle zu dir irgendwie. Oh, ja. So, diesmal hab ich auch mehr MG, Alter. Oh, 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 fuck. Ey, es sind noch elf, elf Hunde, Mann. Eiße. Oh, 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 oh Oh, Mann, ey. Das hat aber richtig Bock gemacht, Alter. Ja. Das werden wir auf jeden Fall nochmal wiederholen. Oh, geil, Mann. Also bis jetzt muss ich sagen, geilste Karte, die ich jetzt je gezockt habe hier im Costume Zombies. Oh, die erste. Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt versuch mal, ob du einen S da hinten wegkriegst. Ja, stimmt. Oh, das hat aber richtig Bock gemacht. Na gut, Leute, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen und ja, viel Spaß, viel Erfolg beim Zombieskillen und Joker, du hast heute das Schlusswort. Jo, servus, Leute. Haut rein, tschüss. Jo. Vectic is my zombie-killing buddy. Jo. 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 Vic.